auch nicht ein bisschen dumm doch sie doch nicht centus möchtest du nicht bezahlen 01 was nein so scheuert ich meine latten im zaun oder sondern wieder eine 2 kommen hastenlose münzen hat er echt viel gebracht fettig fettig bummer noch ein stern fettig bummer noch ein bisschen ein bisschen mini-spielzeit keine ahnung das wird doch eh nicht naja er kommt mit dem bauch so dran berührt mit seiner nase war der zinken der fällt bestimmt gleich in den rinken runter so gemein er hat das früher nie geschafft ich bin meistens schon so gut gewesen und bin beim ersten umgekippt da hat der wands berührt ja war doch bei peach schnitzens auch so die hätte aber das problem es war ein blauer und dann roter ja minus 5 die 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 rücken nach tot city machen hier die rücken nach der city und glaub aner nicht Nee, hatten wir noch nicht. Ja, gut, das kennen wir, ne? Ja. Ich warte mal kurz einen Moment. Naja. Bleib ich du auf 169. Ja. Du hast auch nur noch einen gehabt, ne? Ich hab die letzten zwei nebeneinander gehabt eben. Peach! Peach! Stun! Dann ja eh wieder rüber. Oder auch nicht. Oh! Dammit! 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 Dammit, ich komm! Man fehlt nur noch, wenn Featuren ist, dass die dann auch drauf landen und das wieder gewechselt wird. Ja. Ich hab nämlich jetzt ein Problem gehabt. Was, weil du zu Bowser kommst? Ich könnte gehen. Komm, drei. Nice. Jau! Arschloch! Das Level ist so behindert, ne? Mhm. 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 Ich glaub das ist ja wirklich auch, wenn es Satan gespielt. Ja. Ja, aber du... Wir wollen alle spielen. Ja, ne. Ich sag ja nur. Und klar spielen wir alle. Paketverlust 0,000, ping 201. Oh, du bist... Oh, tut uns aber leid, Vario. Ja. Und ähm... Nein, Centus, du darfst nicht den Ding haben. Wenn du den Glippen hast, ne? Versuch sie nicht schon wieder zu nehmen. Weil du kriegst den nämlich nur dann, wenn man Geist ist. Ja, dann ist Vario halt gleich ein Geist. Ready? Go! Du schaffst das eh wieder, dass das gleiche passiert. Ja. Deswegen ja. Dass wir verrecken. Kopfnuss! Kopfnuss, 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 Kopfnuss. Ja, gar nicht. Du hast Matsch gemacht. Ja, bist ja auch Matsch. Boah, ist die alte dämlich. Schon das dritte Mal. Ich weiß nicht. Kopfnuss, Yoshi. Uh, oh mein Gott. Ich war mit. Boah, direkt... Oh nein, ich bin auch, ich bin auch. Nein, 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 ich... Boah, vor allem die dumme Kuh jetzt, ne? Boah, ist... Ist die so... Boah, ey, was haben wir denn für ein geschissen Computer da? Ja, die ist dumm. Vario ist ja weiter gegangen. Aber die wollte ja einfach nur weiter zurück, so in Ecke. Die ist richtig dumm. Ja. Boah. Bin ich! Was? Na ja, wir haben es doch geschafft, Gott sei Dank. Ja, du musst Lönchen oder was? Weiß ich nicht. War schon so ein bisschen gemeint von mir, oder? Ja. Das wollte ich ja nicht sagen. Komm, über für eine 3. Na, Centus. Komm, wie viel tue du dann? 4. Wo willst du denn? Na ja. Na ja. Du magst auch so Pause, so gern. Na ja, dumm ja. Kann man... Kann man... Dass man das nicht wegdrücken kann, ne? Bin ich, ne? Ach so. Ja... Hier schiebt die 3, die müssen sonst wo hin. In deinem Panzer, Popo. Och komm! Das ist total die Mini-Spiel-Insel hier. Pflanzenhüpfen? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ach, das war das mit dem Skateboard. Ach, das war das mit dem Skateboard. Nein, Pflanzenhüpfen-Dienst. Ach, das? Pflanzenhüpfen-Dienst. Ah, das? Pflanzenhüpfen-Dienst. Pflanzenhüpfen-Dienst. Und dir so die Münzen holen. Du duc 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 duc... Bac, ich war zu früh zu einer gedrückt... Ich hab die Teile hier früher gar nicht genutzt dafür. Fack. die habe ich noch gekriegt das ist aber schon einige minzen 3 3 hast du plus gemacht und besser als gar nicht oder kann sich eine barriepa abgrabbeln meinst du wäre vielleicht für unsere gemeinsame kasse vielleicht ein vorteil wäre ja aber wir haben immer noch die kunden vor uns aussetzen aussetzen schade vielleicht landest du drauf neiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnn ahhh kacke ja mann wir machen das weiß ich nicht keine art noch ich bin auch noch den dirigent leck mich doch mal okay weiß den dirigenten luigi oben links ist das glaube ich ab Äh? Weil ich the best bin. Ich hab nicht verfehlt oder so. Ja vielleicht hast du zu spät manchmal gedrückt oder so. Vielleicht ein Tag zu früh.